Dieser Volkswagen Turan steht hier zum Verkauf. Der silberne Van ist fünftürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 115.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2012. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 105 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 4,6 Liter pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017